Hallo und herzlich Willkommen zu Voice over Cars. Ein paar Videos kommen noch aus New York von den Nayas. Und heute schauen wir mal, was die Wolfsburger präsentiert haben. SUV oder Concept? Was anderes haben wir von Volkswagen noch gar nicht erwartet, oder? VW zeigt gleich beides. Das neue SUV-Concept-Car für den nordamerikanischen Markt, der kleinere Bruder von VW Atlas, denn das Concept-Fahrzeug ist die fünfsitzige Variante vom Atlas. Doch neben dem SUV präsentierte VW einen Pickup. Der Volkswagen Atlas Tanaok. Und der Name Tanaok, und da ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den falsch ausspreche, ist nach einer Baumart benannt, welche bis zu 45 Meter hoch werden kann. So hoch wird der Pickup natürlich nicht. Mit einer Länge von 5,43 Meter gehört dieser Pickup zu den Mid-Size-Pickups. Unter uns für die USA ist der viel zu klein. Die haben Pickups, da können die den Tanaok noch drauf fahren. Die Studie ist 2,03 Meter breit und 1,84 Meter hoch, 5 Sitzplätze, Doppelkabine und eine 1,62 Meter lange und 1,45 Meter breite Ladefläche. Der Tanaok basiert auf dem modularen Querbaukasten von Volkswagen. Man darf also mutmaßen, dass dieser Pickup in Sachen Zuladung eher für die leichten Aufgaben zu haben ist, als Lifestyle-Vehicle, um mit den Rädern in die Berge zu fahren, um mit den Kanu- oder den Surfbrettern zum Wasser zu fahren oder mit den Ski in die Berge. Etwas neidisch dürften viele auf den Antrieb sein, denn unter die Haube kommt ein 3,6 Liter V6-Benziner mit einer Leistung von 206 kW, das sind 280 PS. Das maximale Drehmoment liegt bei 350 Newtonmeter, die Kraft geht über alle vier Räder auf die Straße und die Schaltarbeit übernimmt eine 8-Gang-Automatik. Nach den SUV verbuchen die Pickups in den USA die höchsten Wachstumsraten, was den Absatz betrifft. Dennoch ist eine baldige Serienproduktion vom Volkswagen Atlas Tanaok noch nicht beschlossen. Mit der Studie möchte die Marke Volkswagen demonstrieren, was die Marke und vor allem der modulare Querbaukasten zu leisten bereit ist. Was sagt ihr? SUV oder Pickup? Wäre der Atlas auch was für unseren Markt? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst uns diskutieren. Like, Abo, Glocke nicht vergessen und beim nächsten Video wieder einschalten. Bis dann, euer Jens. Seit dann, euer Jens. Ach possible here Ein Vielen Dank.